Herzlich Willkommen zum Deep Diving Experience Podcast. Dein vertrauensvoller Raum, um tief zu gehen. Ich bin Freddy Independent und gemeinsam tauchen wir heute wieder ab, um über Spiritualität, Psychedelika und Schamanismus zu sprechen und das Wissen über das wundervolle Geschenk, die Heilung deiner Seele, zurück in das Bewusstsein unserer Gesellschaft zu bringen. Lass dich inspirieren von der heutigen Deep Diving Experience. Retreat gesprochen, Quantum New Year's Eve. Das bedeutet, ich bin so wundervoll in dieses Jahr hineingestartet. Und ja, das war einfach nur magisch. Ich kann gar nicht mehr dazu sagen. Genau, und dann war es so, dass ich nach diesem wundervollen Ereignis mit so viel mehr Liebe in meinem Herzen und so einer krassen Verbundenheit einfach nach Hause geflogen bin zu meiner Family. Und ja, dann war Anfang Januar. Und dann ging es tatsächlich auch direkt schon weiter für Kinam und sein Team. Und sie haben dann noch in Berlin, ich weiß gar nicht, wie viele Zeremonien mit angeboten. Und ich hatte direkt schon wieder dachte so, boah, ich will unbedingt nochmal dabei sein. Ich hatte direkt so sofort wieder ein Calling, weil das einfach so viel für mich verändert hat und ich auch das Gefühl hatte, so viele Dinge bereits umgesetzt zu haben und so viele Sachen integriert zu haben. Weil ansonsten ist es definitiv wichtig, erstmal die Dinge, die du erfahren, erlebt und gesehen hast, halt wirklich für dich erstmal zu verarbeiten, zu integrieren und umzusetzen. Anstatt jetzt direkt wieder auf die nächste Zeremonie zu hüpfen und zu sagen, okay, geil, ich gehe jetzt einfach von Zeremonie zu Zeremonie zu Zeremonie und halt nichts umzusetzen. Ja, das ist auf jeden Fall definitiv nicht der richtige Weg. Aber ich hatte definitiv einfach ein klares Calling und dachte, ich muss unbedingt nochmal dabei sein. Und dann war ich auch tatsächlich dabei und zwar am 18. Januar. Das war von denen aus die letzte Zeremonie in Berlin und dann sind sie nach Bali geflogen für mehrere Monate. Und ja, ich wollte unbedingt nochmal einfach nochmal da sein, nochmal sie erleben. Und ja, im Nachhinein betrachtet hat auch das natürlich wieder unglaublich viel Sinn ergeben, dass ich mich nochmal auf den Weg gemacht habe, nochmal eine einzelne Zeremonie nur mitzuerleben. Und diese Zeremonie war auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr spannend. Zum einen, wir haben uns nämlich dort in einer Location getroffen. Das war quasi eine, so eine Loft-Wohnung und es war ganz spannend. Ich bin da reingekommen und habe irgendwie, irgendwie habe ich den Vibe, diese, diese, ich habe es gar nicht gefühlt da. Es war so irgendwie, ich weiß nicht, ich habe es einfach nicht gefühlt, diese Location. Es war irgendwie so, also die Location war an sich ganz nice, aber irgendwie, irgendwas war da so. Ich habe mich nicht so richtig komplett wohl gefühlt und dachte so, hm, hier eine Zeremonie, ich weiß nicht, mal gucken. Irgendwas hat sich nicht stimmig angefühlt, irgendwas hat nicht gepasst für mich. Und auch so von der Energie her von Joanna, die vielleicht auch in der einen Podcast-Folge ja miterlebt hat, die ja auch mit dem Team ist und dort mit geholfen hat, mit auf Mallorca war und auch da mit in Berlin da war. sie war auch so total so, ich sehe sie so und wir sind richtig gut miteinander und sie war so total, so abweisend, habe ich sie wahrgenommen. Sie war so total hektisch und so eine ganz komische Energie. Ich denke so, hä, was ist denn, was ist denn hier jetzt los? Irgendwie so, ich habe es gar nicht einordnen können. Habe mir nichts weiter draus gemacht. Wir sind dann, die ganzen Teilnehmer sind gekommen und viele, die halt auch zum ersten Mal da waren, mit denen ich mich dann verbunden habe und einfach ausgetauscht habe, weil viele natürlich vorab auch so ein bisschen sehr nervös sind, sehr aufgeregt sind, was wird passieren und oh Gott, oh Gott, oh Gott und ich erinnere mich noch an eine Teilnehmerin, die wirklich so sich überlegt hat, ob sie hier überhaupt gerade am richtigen Ort ist und die hat sich so überlegt, nee, man ist gar nicht ready und fühlt es gerade gar nicht und war kurz davor zu gehen und ich habe da so ein bisschen die Angst nehmen können und habe so gesagt, hey, egal was heute passieren wird, es wird genau das passieren, was du brauchst. Und ja, Leute, was dann passiert ist, ist ziemlich crazy und zwar sind wir dann gestartet natürlich wieder mit der Vorstellungsrunde. Jel hat einfach geshared, wofür er zum einen dankbar ist und zum anderen, ja, was die Intention ist, an dieser Zeremonie daran teilzunehmen. Und dann wollten wir mit der Meditation beginnen. Wir haben so eine T-Zeremonie gemacht und wollten uns dann langsam eintunen mit einer Meditation und Elisabeth hat wirklich gerade von Kino das Wort übergeben bekommen und in dem Moment, wirklich in der Sekunde, wo sie beginnt zu sprechen, auf einmal im Hinterhof so ein richtiges, so ein Boom, so ein voll lautes Geräusch und ich denke so, boah, was war das denn jetzt so, ne? Aber ich habe mir ehrlich gesagt nichts dabei gedacht. Ich dachte so, das war irgendwo, ich glaube in Kreuzberg in Berlin, irgend so ein Hinterhof und ich dachte irgendwie, das wäre so, also mein erster Gedanke war so, das wäre irgendwie so eine Hinterhofgarage, wo irgendwie, ich hätte irgendwie, ich weiß nicht, so ein Oldtimer, jemand schraubt an einem Auto rum und gab es eine Fehlzündung oder so, ne? Es war wie so eine kleine Explosion. Und dann kam das aber relativ kurz, danach kam das wieder, das Geräusch. Und wieder und wir irgendwie so, hä? Und dann Joanna guckt dann so aus dem Fenster und auf einmal sagt sie nur, Feuer, Feuer, es brennt. Und ich so, hä? Und ich sehe nur, also sie saß so links neben mir und ich sehe nur so, wie sie so nach oben guckt. Ach nee, irgendjemand anderes hat gesagt Feuer. Und sie guckt aus dem Fenster und guckt so, wo denn? Und ich sehe nur, wie sie rausguckt und direkt über ihr sehe ich schon die Flammen. So ich so, wow, crazy, was ist passiert? Und zwar, was passiert ist, ist, dass direkt über der Wohnung über uns einfach, und jetzt halt, ich weiß, so richtig crazy, wie kann das sein, eine Waschmaschine explodiert ist. Okay, warum auch immer eine Waschmaschine explodiert? Aber was spannend ist, einfach zu erkennen, dass, also was von den Energien her passiert ist, weil so zum einen wollten wir gerade mit der Meditation beginnen, zum anderen hat unsere Energie einfach nicht an diesen Ort gepasst. Ja, und deshalb durfte da was passieren, dass wir den Ort wechseln. Und was natürlich extrem gut war, dass wir noch nicht in der Journey waren und dann das Ganze passiert ist, weil das wäre wahrscheinlich eventuell noch ein bisschen anders ausgegangen, weil auch so war es so, dass es alles so total in Panik und hektisch geworden und so, was ja auf jeden Fall immer genau das ist, was du in so einer Situation nicht machen solltest, in Panik zu verfallen. Aber es war einfach so, dass natürlich dann so, ah, alle laufen irgendwie los und nicht so, oh, nee, Leute, entspannt euch, ganz in Ruhe. Aber es haben sich wirklich sehr viele dann so von dieser Hektik und von dieser Panik dann so anstecken lassen und sind dann wirklich rausgelaufen. Teilweise sind die Leute, die teilen immer ohne Jacke raus und nur mit einem Schuh oder mit gar keinen Schuhen oder irgendwie voll viele Sachen natürlich oben vergessen, liegen gelassen, weil es natürlich, klar, man sagt, okay, erst mal raus, raus, raus. Aber es war auf jeden Fall eine sehr hektische Situation. Und ja, dann war eine Großfeuerwehr, Feuerwehreinsatz und so. Also es war schon ein größeres Feuer. Und ja, wir sind dann da raus und dachten, okay, krass, crazy, was so alles passieren kann, ne? Und genau, dann sind wir erst mal zu meinem Freund Danny in die Wohnung, haben da uns erst mal zusammengesammelt, beziehungsweise bevor wir dahin sind, standen wir draußen, auch so ein Bild, was sie nie vergessen werden. Also alles komplett abgesperrt dann da. Und wir waren dann so um eine Ecke gegangen, standen alle so um Kinam herum. Und dann war natürlich die Frage, okay, was machen wir jetzt mit dem angefangenen Tag oder angefangenen Abend? Was machen wir, wie gehen wir vor? Ja, werden wir noch eine Zeremonie haben oder nicht? Und dann hat Kinam einfach so, ja, gefragt, okay, wer fühlt es gerade noch? Weil für einige war es dann auch einfach too much und dachten so, nee, Mann, ey, ich bin raus heute. Genauso wie beispielsweise die Teilnehmerin, die vorher schon dachte, oh Gott, was geht hier ab, bin ich überhaupt am richtigen Ort? Sie hat sich dazu entschieden dann nicht an der Zeremonie. Und es waren ein paar dabei, die einfach gesagt haben, nee, das ist mir jetzt alles ein bisschen too much. Ich möchte jetzt heute nicht an der Zeremonie daran teilnehmen. Und für alle anderen ging es dann auf nach, genau, zu Danny in den Place. Und dann, auch so geil einfach, haben wir, oder beziehungsweise ich war ja da noch gar nicht im Team, hat das Team dann, ja, sich einfach darum bemüht, eine neue Location zu finden, am selben Abend einfach. Also das ist einfach so dieser Creation Mode, ja, wie du wirklich Schöpfer sein kannst und am selben Abend einfach irgendwo eine andere Location findest. Ja, so, das ist immer die Frage, die du immer, 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 immer stellen kannst. Bist du gerade Schöpfer deines eigenen Lebens und kreierst du ganz bewusst dein Leben, weil du weißt, dass du alles kreieren kannst? Oder verfällst du gerade in den Opfermodus, weil du weißt, ey, nee, was soll ich jetzt machen? Okay, jetzt, Location ist weg. Da können wir jetzt heute nicht mehr hin. Wo sollte ich jetzt auf der Schnelle noch eine neue Location finden in Berlin? Um diese Uhrzeit, es war schon, ja, früh, späten Abend, keine Ahnung. Es war schon, es war schon abends auf jeden Fall. Wir haben uns ja in einer anderen Location, ich glaube, um 16 Uhr getroffen. Das heißt, es war locker schon 19, 20 Uhr. Wie will ich denn jetzt um diese Uhrzeit noch eine andere Location finden? Ja, so will ein Opfer denken und jemand, der nicht in seiner vollen Kraft ist, jemand, der nicht das Potenzial erkennt, sein eigenes Leben zu kreieren. Aber wenn du wirklich, und das ist so etwas, was ich dir von Herzen gerne mitgeben möchte, dass du für dich erkennst, dass du Schöpfer deines eigenen Lebens bist und das nicht nur zwischendurch, sondern in jedem Augenblick kreierst du dein eigenes Leben. Alles kreierst du genau jetzt, in diesem Moment. Dass du diesen Podcast gerade hörst, hast du dir selbst kreiert, weil das, was ich dir gerade sage, ist genau das, was du gerade brauchst. Das ist genau das, was für dich gerade wichtig ist einfach. Das nochmal zu erkennen, diese Erinnerung zu hören, ach ja krass, ja stimmt, du hast recht. Ich bin Schaffer meines eigenen Lebens. Ja, genau das bist du. So, das bedeutet, es wurde eine neue Location herbeigezaubert. Ich habe dann damals noch mitgeholfen, noch die alten, also die Sachen aus der alten Location rauszuholen. Und dann war ich auch noch mit der Teilnehmerin, die da nicht mit, die vorher so, ja, so schon das Gefühl hatte, das ist nicht das Richtige für sie. Und ich habe ein sehr wundervolles Gespräch da mit ihrem Taxi gehabt und sehr, einfach so ein diebes Gespräch. Und das hat sie so inspiriert und sie war so dankbar für dieses Gespräch, dass ihr so viele, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, aber ich habe so viele Sachen irgendwie mitgegeben können. Und sie war so dankbar dafür, ja, eine andere Perspektive mitbekommen zu haben. Und dann, als sie aus dem Taxi ausgestiegen ist, meinte ich natürlich, ich sage, guck, egal was heute passieren wird, es wird genau das passieren, was du in dem Moment brauchst. Und sie ist, boah, krass. Ich sage, yes, genau das ist es. Genau das ist es. Nicht nur in der Zeremonie, sondern genauso im Leben. Das ist so wertvoll, das zu erkennen, das zu verstehen, dass immer genau das passiert. In der Zeremonie und auch im Leben. Genau das passiert, was du brauchst. Ich kann das einfach nicht oft genug sagen. Es ist so. Ja, viele erkennen es nicht, weil sie denken, ey, wie kann denn jetzt so eine Situation, wie kann das denn jetzt für mich sein? So eine negative, so ein, oh Gott, total, ich, alles bricht zusammen, meint das Leben, haut mir gerade aus dem Maul. Und in dieser Situation auch zu erkennen, okay, krass, das ist gerade genau die Lektion, die ich brauche, um zu wachsen, um daran zu reifen, um Dinge loszulassen, um etwas Neues, neuen Space zu schaffen für all das Neue, was danach kommen wird. Deshalb, egal was passiert, habe das Vertrauen da rein, dass all das für dich passiert. Und es ist auch so klar, dass es für dich passiert, weil du es ja selbst kreierst. Das ist eigentlich so simpel. Okay, also dann waren wir in der zweiten Location und ja, das war auch, oh, ich war wieder so tief drin, Leute. Ich war, ich war überall, ich war verbunden mit allem, ich war im Dschungel, ich war, also ich war, aus mir kamen Geräusche raus, Leute, das war, puh, also wirklich, ich, ich war einfach richtig tief drin, richtig tief drin und es kam alles so aus mir raus und ich war irgendwo, ich war einfach im Dschungel, wirklich irgendwo ganz tief drin und da kam, also ein bisschen wie, nicht so ganz so extrem, aber auch schon in die Richtung so, für all diejenigen, die die Podcast-Folge mit meinem lieben Freund Rick gesehen haben, er war ja auch auf jeden Fall tief im Dschungel, so in etwa in die Richtung ging das, dass ich einfach so eine krasse Connection gespürt habe und einfach, einfach, boah, Sachen raus kam, ich mich total viel am Bewegen war, mir super heiß war, ich war kurz davor, mich da irgendwie, so, ich dachte, ich würde mich da komplett ausziehen, so gefühlt, wenn es so heiß war und es war sowieso, die Teremonie war sehr, sehr magisch, es war, eine ganz, ganz besondere Energie in diesem Raum, es war, es war natürlich alles sehr eng und klein in dieser Location, sehr, also wir waren da sehr aneinander gekuschelt sozusagen, aber es war einfach, einfach richtig wundervoll und dann erinnere ich mich an eine Szene, wo ich damals, ich hatte so ein Aura Ring, ich weiß nicht, wer von euch Aura kennt, Aura ist eine wundervolle, ein wundervoller Hersteller, der so Ringe, also ein Ring herstellt, den du tragen kannst und mit diesem Ring, es gibt eine App dafür, du kannst diesen Ring mit dieser App verbinden und dann trackt dieser Ring deinen Schlaf und auch deine Bewegung, deine Schritte, deinen, deinen Pulsschlag, dein, alles mögliche, Herzfrequenz und noch, ich frage mich nicht, tausend Sachen, wird von diesem, werden von diesem Ring getrackt und dadurch kannst du einfach erkennen, vor allen Dingen nachts, also es geht hauptsächlich um, um den, den Schlaf dabei, aber auch tagsüber, wenn du den Ring trägst, wird dort einfach getrackt, wie, wie Kalorien du verbrennst, wie viele Schritte du machst, wo du langläufst und so weiter und so fort, eigentlich richtig, richtig nice, jetzt wo ich drüber spreche, vermisse ich das Ding ein bisschen, sage ich euch ganz ehrlich, aber, und das Witzige war, ich hatte mir damals den Ring geholt und fand den so nice, und meine Frau fand den auch nice und dann haben wir ja irgendwie so, ganz spontan und in Corona-Zeiten einfach so standesamtlich geheiratet und ich habe ihm dann diesen Aura-Ring gegeben und meinte, hey, das ist jetzt erstmal dein Ehering, gib dich damit zufrieden, das ist jetzt dein Ehering und somit war es ja auch gleichzeitig mein Ehering und, also wir werden auf jeden Fall nochmal, das haben wir auch schon mal gesagt, wir werden ja auf jeden Fall nochmal richtig heiraten, aber da ging es erstmal nur darum, hey, wir sind jetzt offiziell eine Family sozusagen, haben den gleichen Nachnamen verheiratet, auch wegen unserer Tochter und so weiter und so fort und weil auch für mir es einfach wichtig war, mit einem neuen Namen ins neue Leben zu starten sozusagen, ähm, genau, auf jeden Fall während dieser Zeremonie schaue ich auf einmal diesen Ring an und ich spüre auf einmal so, ich denke so, ey, nee, nee, dieser Ring, der kontrolliert mich total, das ist voll, ich, das ist voll irgendwas, was mich kontrolliert und das hat so ein Gefühl, kam mir hoch, dass ich dachte, nein, niemand kontrolliert mich, ich will mich nicht kontrollieren und tracken lassen, warum mache ich das überhaupt, ja, das war so, am Anfang war es halt mega nice, so zu erkennen, dass all das, was du über den Tag tust, wie du dich ernährst, weil zum Beispiel, wenn du jetzt kurz vor dem Schlafen gehen was isst, sagt die App dann am nächsten Morgen, hast du ein bisschen spät gegessen und so, solltest du mal lieber nicht tun, weil, ähm, dein Körper während der Nacht dann verdaut und du nicht so gut schlafen kannst und denkst so, wow, krass, ey, wie kann der Ring, was, wie checkt der das alles so, also schon richtig crazy und ich habe es sehr genossen, wirklich so zu erkennen, auch um welche Uhrzeit du ins Bett gehst, wie das, ähm, dein Schlaf verändert und so weiter und so fort, also es ist schon wirklich, für all diejenigen, die Bock haben, ihren Schlaf zu tracken, holt euch ein Aura Ring, holt euch unbedingt ein Aura Ring, das ist, ähm, eine richtig, richtig geile Geschichte, auf jeden Fall, ähm, fand ich es in dem Moment halt nicht mehr so geil, weil ich einfach gespürt habe, wie mich das ganze Ding einfach nur kontrolliert und ich denke so, nee, man, das kann nicht sein und dann habe ich einfach so im Effekt heraus, äh, diesen Ring in, wir haben ja immer so Eimer, ähm, ich habe den einfach da reingeschmissen, ich war jetzt so, nee, man, ich lasse mich nicht kontrollieren, also ich habe meinen Ehering einfach in der Zeremonie weggeschmissen, ähm, am Ende habe ich ihn dann trotzdem mitgenommen, aber seitdem habe ich ihn eigentlich nicht mehr getragen, ähm, ja, weil ich einfach gespürt habe, ich will mich, ich will mich nicht kontrollieren lassen, ich will einfach, ich will einfach leben, ich will einfach so in diesem Flowstate sein, dass ich die Dinge so tue, wie sie sich für mich in dem Moment richtig anfühlen und, ja, letztendlich tue ich genau das auch seit, seit dieser Zeit und, ja, soviel erstmal zur Zeremonie an sich, ich überlege gerade, ob da noch, da waren dann wahrscheinlich noch viel mehr Sachen, die, ähm, die ich jetzt gar nicht so im Kopf habe, ähm, ich bin dann zurückgefahren, wieder nach Hamburg, nach Hause und, ich hatte, ein Monat später, äh, hatte ich meine nächste Zeremonie geplant, meine eigene Zeremonie, ich hatte, und da wollte ich wieder so krank übertreiben, mit so einer riesen, fetten Villa in Spanien, ähm, und wollte das Ganze über den 22.02.2022 machen, weil ich dachte, ey, an dem Tag eine Zeremonie zu machen, ist bestimmt richtig nice, und hab das geplant, hab auch schon eine Location rausgesucht, ähm, und war so ein bisschen am überlegen, wann, wo, wie lange, und so weiter und so fort, das hatte ich auch auf Mallorca überlegt, ähm, wie lange soll diese Retreat gehen, und hab überlegt, dass, ähm, so, also ich, ich glaube, dass, ich hatte sogar gesagt, ey, ich möchte das sechs Tage lang machen, mit erstmal ankommen, dann den ersten Tag Vorbereitung, dann zweiten Tag Zeremonie, dann dritten, oder, wie viele Tage habe ich aufgezählt, egal, auf jeden Fall, ich wollte das richtig so, ich hatte Bock auf ein sechstägiges Retreat, und dachte so, geil, Mann, ich, ich mach mir jetzt ein richtig geiles Retreat, und das wird richtig mega nice, und war schon dabei, auch das Ganze zu promoten, auf Instagram, und so weiter und so fort, und, meine, mein Impuls war, ach ja, mein Impuls auf Mallorca war ja, dass ich zu diesem Retreat, was ich auf, ähm, in Spanien geplant habe, das ich ja am liebsten, weil mich das halt so inspiriert hat, wie Kinam und Elisabeth, und das ganze Team so, wie sie den Raum eröffnet haben, ich wollte die am liebsten mitnehmen, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, ist, ähm, dass sie ja gar nicht in Europa waren, zu der Zeit, sondern, dass sie ja sich nach der letzten Zirung in Berlin auf den Weg gemacht haben, nach Bali, also, habe ich erst mal gecheckt, okay, das funktioniert schon mal nicht, und ich wollte mit Kinam unbedingt mal sprechen, ich meinte, hey, lass uns vielleicht mal callen, und so, er meinte, ja, jetzt in Berlin ist auf jeden Fall mega stressig, aber sobald ich, ähm, mich auf den Weg nach Bali mache, können wir gerne mal callen, und zu diesem Call ist es aber dann nie gekommen, ähm, sondern, es kam dann ein Call von meiner wundervollen geliebten Freundin, geliebten Freundin, also, in der deutschen Sprache ist das alles ein bisschen anders, ne, also Joanna, sie liegt mir sehr am Herzen, ähm, geliebten Freundin, und, ja, ich war so in der Planung, und sie hatte, und ich war auch ständig mit ihrem Austausch, und, äh, bezüglich jetzt meines eigenen Retreats, und, sie hatte mich so gefragt, sie sagt, hey, wie weit bist du jetzt, hast du schon eine Location gebucht, und so weiter und so fort, und ich, und ich war die ganze Zeit mit ihrem Austausch, und sie meinte, hey, wir müssen unbedingt callen, ne, lass uns unbedingt miteinander sprechen, und ich so, okay, lass uns das machen, und ich hab gemerkt, dass sie so richtig am Nachhaken, Nachbohren war, ähm, über, ähm, meine, äh, über meinen Retreat, wie das jetzt, äh, was da organisiert und geplant wird, und wann das stattfindet, und so, und ich denk so, okay, warum fragt sie da jetzt so die ganze Zeit nach, und dann meint sie, ja, ähm, setz dich mal hin, sagt sie, ich so, was ist los, was ist los, und, da sagte sie, hast du Bock, mit nach Bali zu kommen, wir brauchen Support im Team, ich sag, äh, sorry, ich versteh die Frage nicht, ja, auf jeden Fall bin ich dabei, und das Ding ist, ähm, es war eine Zeremonie geplant, auf Bali, oder ich glaub, zu dem Zeitpunkt waren sogar, zwei, drei geplant, ich weiß es grad nicht mehr, und das Ganze war geplant für, ich glaube, Ende, Februar, und, ja, dann ging es so ein bisschen darum, zu, zu gucken, wie passt das jetzt mit meinem Retreat zusammen, das ich geplant habe, und, auf jeden Fall, es kam dabei raus, es passt einfach nicht zusammen, und ich stand vor dieser Entscheidung, okay, was machst du jetzt, dein eigenes Retreat, was du geplant hast, lässt du es einfach sausen, verschiebst du das, oder, ähm, nimmst du das wahr, und nimmst Bali nicht wahr, und ich habe einfach erkannt, nee, 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 ganz ehrlich, ähm, ich werde diese, diese wundervolle Möglichkeit, und Gelegenheit annehmen, ähm, auch Kinam und, ähm, Elisabeth besser kennenzulernen, mit denen zusammenzuarbeiten, und deshalb werde ich definitiv Bali wahrnehmen, mich auf den Weg nach Bali machen, erstmal Bali, wow, ähm, wollte ich sowieso immer schon mal hin, und, ja, habe dann diese Möglichkeit einfach für mich angenommen, und dadurch dann mein eigenes Retreat, was ich geplant hatte, wo ich auch zu dem Zeitpunkt noch gar keine jetzt verbindlichen, festen Zusagen hatte, sondern nur so Leute, die gesagt haben, ja, sie hatten Bock dabei zu sein, aber es war jetzt noch zu dem Zeitpunkt noch keiner, der jetzt irgendwie, ähm, irgendwas gebucht hat oder so, und, ja, dann habe ich quasi diesen, diesen Schritt bin ich gegangen, und zwar, dass ich mein eigenes, ähm, Retreat habe sausen lassen, weil ich erkannt habe, wie wertvoll es ist, ähm, nach Bali zu reisen für mich, und warum das Ganze natürlich so unglaublich wertvoll für mich war, weil ich ja genau das wollte, ich wollte ja genau mit diesem wundervollen Team zusammenarbeiten, und genau das hatte ich mir, ja, und nur einen Monat zuvor, äh, auf der Mallorca-Zerumni habe ich mir das Ganze ja kreiert, und einen Monat danach kam schon, ähm, diese Möglichkeit auf mich zu, und ich dachte nur so, wow, wie crazy, und da sind wir wieder beim Thema, wie krass du dein eigenes Leben kreieren kannst, wow, unglaublich, ja, Leute, und dann, ähm, bin ich nach Bali gereist, und, ja, letztendlich war das der Beginn, von all dem, was danach kam, ähm, ich hab dann, war dann auf Bali das erste Mal, also zum einen hatte ich eine wundervolle Zeit da, ich war, glaube ich, zweieinhalb Wochen, äh, auf Bali, ähm, richtig, richtig schön, wundervolle Momente gehabt, da hab ich ja dann letztendlich auch den Podcast hier gestartet, ich hab auf Bali die erste Podcast-Folge gedreht, ähm, ähm, ja, Leute, so ist letztendlich all das entstanden, und, was dann alles danach entstanden ist, was alles auf Bali passiert ist, ähm, beziehungsweise die Bali-Zeremonie, ähm, wo ich das erste Mal dann im Service war, bei Kindern mit dem Team, und all die weiteren Zeremonien, die danach kamen, in Berlin, und jetzt in Amsterdam, wo ich jetzt gerade bin, beziehungsweise ich bin gerade in Delft, so wie auch die letzten Podcast-Folgen, ähm, ja, einfach so, so, so wundervoll, und schön zu sehen, was alles passieren kann, wenn du deinem Herzen folgst, und deiner Intuition vertraust, und einfach im Flow des Lebens bist. Yes, also so viel erstmal, zu dem Thema, und, dann würde ich sagen, war's das mit der heutigen Folge, und, wenn du diesen Podcast supporten möchtest, zum einen, habe ich heute mal einen wundervollen, Hoodie von Deep Diving Experience angezogen hier, mit so wundervollen Sprüchen, der ist nicht nur wundervoll, wenn du den in der Zeremonie trägst, weil der in der Zeremonie, der auch immer wichtige Impulse mitgeben kann, ähm, ich liebe das einfach, in den Zeremonien hinzutragen, ähm, jetzt gerade merke ich, ist es gerade jetzt auch ein bisschen warm geworden, es ist nämlich sehr früh am Morgen noch hier, eben war es ein bisschen frisch, jetzt werde ich ihn auf jeden Fall auch gleich ausziehen, Love is always the answer, ähm, das ist einer meiner Lieblings-Hoodies, und wenn du Bock hast, ähm, auch auf so ein Hoodie, wir werden auch, ähm, bald T-Shirts in diesem Shop haben, unterhalb der Videobeschreibung oder auch in den Shownotes, ähm, beim Podcast findest du einen Link zum Shop, und, äh, kannst dir sehr gerne ein Hoodie holen, und damit natürlich auch diesen Podcast unterstützen, ähm, dass dieses Format immer weiter nach vorne gebracht wird, mit ganz vielen weiteren, ähm, Episoden und Folgen, und deshalb, ähm, freue ich mich sehr über all diejenigen, ähm, es ist immer so schön, wenn ich Fotos zugeschickt bekomme von, von Leuten aus der Community, die schon mit so einem Hoodie unterwegs sind, richtig, richtig nice, und zum anderen, ähm, freue ich mich natürlich sehr, wenn du den Kanal abonnierst, mir ein Feedback dalässt, ähm, und den Podcast bewertest, und natürlich das Video likest, an der Stelle, vielen, vielen, vielen lieben Dank, wir sehen uns in der nächsten Folge, ich wünsche dir einen wundervollen Tag, und vergiss eins nicht, zum einen, love is always the answer, und zum anderen, du kreierst dein eigenes Leben, in jedem einzelnen Moment, in diesem Sinne, much love to you, wir sehen uns im nächsten Video, wir sehen uns in der nächsten Podcast Folge, much love to you, goodbye, ciao, vielen Dank, dass du dir heute wieder den Raum geschenkt hast, eine weitere Deep Diving Experience mitzuerleben, wenn der heutige Podcast etwas in dir bewegt hat, dann teile diese Folge in deiner Insta-Story, bewerte den Podcast, oder schreibe einen Kommentar auf YouTube, denk daran, diesen Podcast zu abonnieren, und wir hören uns in der nächsten Folge, gest North Korea, und wir hören uns mal, Vielen Dank.